Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video heute auf diesem Kanal. Heute haben wir heute in der Nacht und nehmen für euch das Stay Shop Video auf. Das war jetzt heute Mary Merida und Jim Jekyll. Das sind beide zurück, Leute. Ich zeig's euch mal. Hier von Mary Merida. Ansomen, Ansomen, Ansomen. Den kennt sowieso jeder Leute. Trotzdem leider ist das besser für die, wenn die Menschen sind. Jeder kennt den. Und den Ginger Gunner. Ziemlich nahe, ich kann dir mal Stiles zeigen. Bei dem, das ist so witzig, hier. Bei Mary Merida, der guckt ja immer so, guckt so drimmig. Also so böse. Kannst du hier auf Lachen machen. Bei ihm kann man von böse auf Lachen machen. Dann hier zu nem rauchigen, traurigen Mary Merida und dann zu nem happy Mary Merida. Ja. Und dann hier ist genau umgedreht. Hier kann man die böse gucken lassen. Und hier auch. So. Äh, Leute. Was wir heute machen werden. Ganz einfach. Item Nummer 1. Item Nummer 2. 2. 2. 4. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. Einfach nur cool. Cookie Cutter. Na geil. Okay, 10 von 10. Ein toter Gingerbread Man. Deine Mütze guckt bei mir hin. Geil. Achtung auf deine Bommelmütze. Also 10 von 10. Ja. Okay, schlag dich mal. Hau mal drauf. Okay. Ginger Sled. Standard Gleiter. Aber es gibt trotzdem 2 von 10. Bei ihm gäbe ich sogar mehr, weil der ist eigentlich so voll mit Specials. Da ist ja nicht einfach nur eine Textur drauf, sondern da sind ja richtige 3D Elemente drauf. Da hinten die Gingerbreads, deswegen gäbe ich dem schon mal so 5 oder 6 von 10. Okay. Dann. Moves. Und? Was hast du da? Es gibt dem 7 von 10. 8 von 10. Nakey Master. Oh Gott. Marky Master. Oh Gott. 1 von 10. 1 von 10. 4 von 10. 4 von 10. 0 von 10. Circlebreaker. 4 von 10. Auch, ja. Philet-Ex. 6 von 10. Auch. Battle Call, 10 von 10. Ja. Leute, wir können heute festhalten, die linke Seite ist mega geil, die rechte Seite ist crap eigentlich. Ich glaube es sind Battle Call, die mode und wenige. Mehr Modes sind gut. Ja. Also wenn ich das irgendwie voll habe, würde ich mir bei der Galaxia anfangen, bis wir rein achten. Wir machen eure cogeические Tonnen absen, bis wir rein achten. Sie sind gut, dass wir rein achten.